This is the challenge. There are already retrofit solutions for weighing systems on telehandlers available on the market. However, they are often complicated to install, expensive to purchase and complex to handle, due to their static mode of operation. Here is the innovative solution. With the KT316, KAMA introduces the first fully integrated dynamic weighing system for telehandlers. Gemeinsam mit unserem Systempartner Bosch Rexroth präsentieren wir diese Weltneuheit. Der Fokus der Entwicklung lag dabei auf einer einfachen Handhabung des Systems. Und dadurch steigern wir die Effizienz unserer Kunden. Das System bietet viele weitere Vorteile, insbesondere für den Betrieb von Biogasanlagen. So kann das Gewicht jeder einzelnen Schaufel präzise erfasst und alle Anforderungen an die Dokumentation erfüllt werden. With the KT316, KAMA introduces the first fully integrated dynamic weighing system for telehandlers.